Ja, so Freunde, kleines Hertha-News-Update noch am Sonntag. Im Moment passiert ja nicht so viel rund um die Hertha. Während der Länderspielpause dachte ich, kann ich die Zeit auch mal ein bisschen genießen mit meiner Verlobten zusammen. Und wir haben heute aber natürlich, das hat sowieso alles von Hertha-Nachrichten überschattet, die Entlassung von Nationaltrainer Hansi Flick. Und interimsweise wird übernommen von Sandro Wagner, Rudi Völler und Hannes Wolf. Zumindest mal für das Spiel am Dienstag. Nico und ich haben dazu auf unserem KNIFE-Kanal ein Video gemacht bezüglich, was war denn da so jetzt wieder gegen Japan und generell, wie muss es weitergehen, wie kann es nicht weitergehen. Da war Hansi Flick noch nicht offiziell entlassen. Könnt ihr euch die trotzdem gerne anschauen, weil das war auch mal so ein bisschen ein emotionaler Ausbruch von uns beiden. Weil gerade als ich diese Doku jetzt am Wochenende mir wieder angeschaut habe mit den vier Folgen, habe ich einfach gemerkt, ich will ja gar nicht, dass die Nationalmannschaft mir egal ist oder dass sie mir so auf die Nerven geht. Ich habe so viele schöne, also wenn ich so an meine Fußballzeiten denke, so viele von meinen wirklich tollen Gefühlen, auch wenn das nichts mit Vereinsfußball zu tun hat, war wirklich durch die Nationalmannschaft. Gerade ganz, ganz am Anfang, wo ich Fußball verfolgt habe, aber auch später, 2006, 2014 und so. Ja, könnt ihr euch gerne reinziehen, das Video, da haben wir mal beide ein bisschen Real Talk gemacht. Und Dienstag werden wir uns das Spiel auch zusammen auf KNIFE anschauen. Hier geht es jetzt um Bucher Larkes nochmal, um so ein paar Transferdetails, die ans Licht gekommen sind, beziehungsweise, ja, die die BILD veröffentlicht hat, zu 100%. Dann weiß man natürlich nie, ob es stimmt, aber ganz interessant. Da geht es nämlich um die Ablöse von ihm und auch ums Gehalt. Es geht nochmal um Derry Scherhand. Ich glaube, das war schon, wenn man sich so ein bisschen im Umfeld bewegt hat oder ein paar Infos hatte, haben das schon viele auch spekuliert mit ihren Quellen, dass Derry Scherhand eigentlich weg wollte, zumindest mal leihweise. Da gab es ja auch immer wieder Gerüchte. Und das Testspiel am Freitag, Hertha-Zehlendorf, Hertha 03 natürlich, gegen Hertha BSC, das wir mit 4 zu 1 gewonnen haben. Darüber sprechen wir auch nochmal ganz kurz, vor allem eben über einen Sona. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Ich will jetzt hier eigentlich gar nicht groß über Hansi Flick reden. Vielleicht mache ich da morgen mit Nico nochmal auf KNIFE dann ein Video oder spätestens Dienstag machen wir ja eh den Watch-Jallong. Da können wir genug über die deutsche Nationalmannschaft sprechen. Bucher Larkes, da stand ja noch nicht so richtig fest, beziehungsweise gab es keine richtige Quelle. Wie hoch denn sich die Ablöse, auf welche Summe sich die Ablöse belaufen soll? Er hat ja noch zwei Jahre Vertrag gehabt bei Pireos, aber überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Also er hat ja dort seit zehn Jahren, glaube ich, agiert, war dann oft zweimal ausgeliehen, letztes halbes Jahr auch wieder in die Türkei ausgeliehen und spielt überhaupt keine Rolle mehr bei Pireos. Hatte wohl ein relativ hohes Gehalt von geschätzt zwei Millionen Euro. Und da hat er auf ordentlich Geld verzichtet. Er hätte ja den Zwei-Jahres-Vertrag auch aussitzen können, hätte dann bis er 33 ist nochmal oder 32, 33 ist nochmal vier Millionen brutto zumindest mal kassiert. Aber nein, er hat auf Geld verzichtet, weil er wollte bei dem Projekt Hertha mitmachen. Und die BILD berichtet jetzt, dass sich das Gehalt bei 70.000 Euro im Monat, ergo 840.000 Euro im Jahr, belaufen soll. Wir haben ihm ja auch einen Zwei-Jahres-Vertrag gegeben. Also wenn die Zahlen so stimmt, hat er da locker mal auf 1,2 Millionen im Jahr verzichtet. Wahrscheinlich wird es bei uns auch sowas wie Aufstiegsprämien geben. Generell wird es natürlich wahrscheinlich sehr erfolgsabhängige Verträge bei uns geben. 840.000 ist ja für uns auch kein günstiges Gehalt. Wir haben die Gehaltsstruktur echt gut runterbekommen. Klar haben wir noch ein paar Top-Verdiener, so wie Kempf oder auch ein Seevolk dabei. Ich glaube auch ein Rehse wird nicht wenig verdienen, weil wir den ja vorher noch verpflichtet haben durch Bobic. Aber wenn er uns wirklich hilft und er soll ja auf der Sechs diese Säule sein, dieser kopfballstarke, spieleröffnende Spielertyp, der nicht über Geschwindigkeit kommt, aber über Erfahrung, dann ist er das auch durchaus wert, meiner Meinung nach. Und ich finde es sehr cool, dass jemand auf viel Geld verzichtet, um eben nochmal zu spielen, um eine tragende Rolle zu spielen und um auch an einem Projekt im Endeffekt auch teilzunehmen. Das finde ich ist ein gutes Zeichen. Ablösesumme soll sich wohl auf 400.000 belaufen. Er war jetzt auch wieder eingesetzt ab der 77. Minute beim Griechenlandspiel, hat glaube ich jetzt sein 37. A-Länderspiel damit bestritten. Also der bringt schon seine Erfahrungen mit und wird auch dort immer noch eingesetzt, auch wenn Griechenland jetzt nicht das Nonplusultra ist, was die Nationalmannschaften angeht. Aber da sollten wir mal oder ich mal ganz leise sein mit unserer. Aber ihr wisst, was ich meine von der individuellen Qualität. 400.000 Ablöse für den Spieler mit der Erfahrung. 3 Millionen Euro geschätzter Marktwert. Zwei Jahre noch Vertrag, aber er wollte weg. Pireus wollte ihn loswerden, daher konnte man das wahrscheinlich so drücken. Ist auf jeden Fall weniger Geld, als wir wahrscheinlich bei einem Dämme bezahlt hätten. Da ist es ja dann am Ende auch daran gescheitert, dass Napoli immer wieder mal dann doch mehr Ablöse haben wollte. Aber auch das Gehalt wäre üppig gewesen. Zumindest berichtet die Bild, dass 1,7 Millionen im Raum stehen würden oder auch im Raum gestanden haben für Dämme. Was ja auf jeden Fall das Doppelte mal wäre von einem Bucher Larkes. Also da spart man auf jeden Fall Geld in der Ablöse. Man spart Geld im Unterhalt. Und die Frage ist auch, der verzichtet auf viel Geld. Der mehr hätte auch verzichtet, aber hätte halt immer noch viel verdient. Also der verzichtet auf viel Geld, um bei uns zu spielen. Vielleicht ist es dann auch einfach so, wie es sein soll. Ob das jetzt qualitativ dann auch nur die Hälfte wert ist, werden wir am Ende sehen. Wie gesagt, meine Auswertung aus meiner Sicht von außen betrachtet zu der individuellen Qualität und Besetzung vom Kader. Da habe ich ja zwei Teile gemacht, könnt ihr euch gerne auch anschauen. Der YouTube-Algorithmus ist gerade sowieso ein bisschen merkwürdig. Könnt ihr gerne euch anschauen und ein Like da lassen. Wird vielen nicht angezeigt, haben sie mir schon geschrieben, dass sie meine Videos immer gar nicht finden. Es sei denn, man geht wirklich auf die Seite direkt rauf und sucht dann nach den Videos. Also falls ihr es nicht gesehen habt, da gibt es zwei Teile zu. Zur Kader-Analyse gehen auch relativ lang. Also deutlich billigere Variante, günstigere Variante. Ob sie schlechter ist, würde sowieso hypothetisch bleiben, weil wir ja nicht wissen, wie Dämme bei uns funktioniert hätte. Derry Sherant, immer mal wieder mit englischen Klubs in Verbindung gebracht. Da waren Top-Klubs wie Newcastle zum Beispiel dabei, aber auch viele aus der Championship. Bei Derry Sherant ging es darum, ich hatte mich ja gefreut, dass er verlängert hatte bis 2027, weil da ja wohl auch einige Bundesligisten dran gewesen sein sollen. Ich habe dann immer gesagt, ja, für ihn ist doch die beste Entscheidung. Er hat ja in der Bundesliga, glaube ich, zehn Partien für uns absolviert, wenn er mit in die zweite Liga geht und da erstmal dann drauf aufbaut und den nächsten Schritt machen kann mit seinen 20 Jahren. Jetzt ist das Problem, es gibt weder in unserem Spielsystem die wirklich optimale Position wahrscheinlich für Sherant. Und da, wo er gerne spielen würde, glaube ich auch, und wo ich auch seine Stärken sehe, so vielleicht im Doppelsturm oder als 9,5 hängende Spitze, da sind wir halt sehr, sehr gut besetzt mit Tabakovic, Previak, die es auch schon nachgewiesen haben und auch noch Niederlechner, der auch im Testspiel ran durfte. Und dementsprechend hört man immer wieder, und es steht jetzt eben auch in der Bild, dass er gerne verliehen worden wäre. Da soll es ja auch Angebote, wie gesagt, aus der Championship wie Blackburn Rovers gegeben haben. Schade eigentlich, dass wir ihm das nicht ermöglicht haben. Vielleicht auch ein bisschen aus Angst vor fehlenden Alternativen im Kader, wenn sich denn mal jemand wie Rezo oder so auf dem Flügel verletzt. Weil wenn Sona kommt, freuen wir uns alle. Aber ansonsten sind wir natürlich auf dem Flügel jetzt nicht mega breit besetzt. Und auch das kann ja ein Derry Sharon spielen. Ich weiß nicht so richtig. Ich glaube, der wäre gerne verliehen worden und kommt ja auch nicht zu Einsatzzeiten, außer jetzt im Testspiel und vor allem in der Regionalliga, wo er super performt, mehr Tore als Spiele. Und das hat er auch schon am Ende der letzten Saison immer wieder gezeigt. Es hieß ja von Pahl auch so ein bisschen kryptisch mal an einer Pressekonferenz, da sei irgendwas vorgefallen, was er jetzt nicht in der Öffentlichkeit besprechen möchte. Vielleicht hat Derry Sharon da seine Unzufriedenheit laut kundgetan. Ich weiß ja auch nicht, was ihm bei der Verlängerung quasi in Aussicht gestellt wurde. Keine Ahnung. Ich glaube schon, dass es auch Sinn machen würde, im Winter nochmal darüber nachzudenken, wenn er nicht zur Spielzeit kommt, beziehungsweise nur in der U23 ihn ähnlich wie Eitschberger zu verleihen. Am besten sowas wie englische Zweite Liga, meinetwegen auch jetzt nicht gerade zu einem Konkurrenten in der Zweiten Liga, aber meinetwegen auch woanders hin ins Ausland, Belgien oder so, auch zu einem Klub, wo er wirklich auch auf seine Spielzeit kommt. Das wird das Entscheidende sein. Da würde ich sogar mitgehen, weil er hat noch lange Vertrag dann bei uns über vier Jahre. Und wenn er dann eineinhalb Jahre irgendwo hin ausgeliehen wird, wir haben es ja gesehen, es kann auch mal gut gehen. Wir haben ja viele Leihen, die überhaupt nicht funktioniert haben, aber gucken wir uns nur einen Marten Winkler an, den wir in die dritte Liga verliehen haben, wie der zurückgekommen ist. Diesen Entwicklungsschritt hätte er nicht gemacht, wenn er letztes Jahr bei uns geblieben wäre wahrscheinlich. Muss man einfach mal so sagen. Ja, dann gab es noch das Testspiel. Hertha Zehlendorf gegen Hertha BSC. Haben bei 4-1 souverän gewonnen. Die sind ja gerade Erster in der fünften Liga, eine Liga unter der Regionalliga. Und Freundschaftsspiel bestimmt auch daraus entstanden, dass ja die Damenmannschaft quasi jetzt zur Hertha BSC-Damenmannschaft wurde. Habe mir das Spiel nochmal im Nachgang angeschaut. Habe manchmal aber auch ein bisschen geskippt. Manche Szenen, muss ich sagen, dass ich die Sicht nicht so optimal fand, als dass ich da jetzt für meine Begriffe so super hätte analysieren können. 1-0 für uns gefallen durch Duziak. Duziak, nachdem sich Flo Niederlechner auf dem linken Flügel gut durchgetankt hatte, in die Mitte flankte und Duziak schließt dann ab, war eigentlich gar nicht optimal getroffen. Aber abgefälscht und dann eben 1-0 für Hertha. Zur Aufstellung kann man mal sagen, fand ich eigentlich ganz interessant. Das war eine Art 4-2, also du kannst es interpretieren als 4-2-3-1, aber eigentlich war es eher so ein 4-4-2 mit zwei zentralen Mittelfeldspielern. Hüssing das erste Mal für unsere erste Mannschaft auf dem Platz und Niederlechner, so eine Art hängende Spitze. Und da finde ich ihn auch deutlich besser. Gut, Gegner kannst du jetzt, also kein Disrespect, aber Hertha 0-3, das ist halt kein Maßstab für die zweite Liga. Aber ich glaube, das ist genau die Position, wo Niederlechner am besten funktionieren könnte. Als 9,5er, hängende Spitze, der immer mal wieder in den Strafraum durchdringt und auch immer mal wieder den Weg auf außen macht, wenn Rehse zum Beispiel ins Zentrum zieht, dann kann er nach außen ziehen und bedient werden. Flo Niederlechner fand ich eigentlich ganz interessant, die Position. Von einem Tor Quasigroch, links Karbovnik, Mitte Kempf und das Silber. Hat er sich auch durch seine guten Leistungen in der U23 verdient. Der junge Innenverteidiger ist ja auch erst 19 Jahre alt. Rechter Verteidiger Kenny, wie gesagt, doppeltes Zentrum mit Dudziak und Hüssing. Auch ein bisschen offensiver gegen so einen Gegner natürlich. Links Rehse, rechts Winkler, Niederlechner und Tabakovic. 1-0 habe ich euch gerade erzählt. Dann gab es zwischenzeitlich das 1-1. Das war übrigens ein Ballverlust von Dudziak in der Vorwärtsbewegung. Und da war dann natürlich alles frei, weil wenn du im Zentrum relativ offensiv stehst, war dann so eine Art 3-gegen-2-Situation, wo dann der Hertha 0-3-Stürmer abschließt. Da sieht leider auch Quasigroch nicht gut aus, aber passiert auch mal. 1-1, 2-1 war dann wieder durch Winkler. Das war eigentlich ganz gut gemacht. Das, was ich an Kämpfen immer mag. Doppelpass mit Kiala immer quer. Und dann bricht er durch die erste Pressing-Linie durch mit dem Ball am Fuß, spielt den Ball diagonal flach rechts auf Winkler. Der hat auch nicht wirklich Gegnerdruck täuscht. Noch einen Pass an, zieht in die Mitte und schließt dann mit seinem starken Linken ab. Flach ins untere rechte Eck. War auch nicht so leicht zu halten. 2-1 für Hertha. 3-1 war dann wieder das, was wir auch schon im ersten Heimspiel von Karbovnik häufiger mal zu sehen bekommen haben. Schaltet sich offensiv ein, zieht ins Zentrum. Doppelter Doppelpass mit Tabakovic. Das hat mir richtig gut gefallen. Und Tabakovic schließt dann lässig mit der Pike auch wieder ins rechte Eck ab. Das ist halt ein richtiger Stürmer. Zweite Halbzeit, dann freut mich wirklich sehr. Wurde durchgewechselt und ein Sona kam zu seinem Einsatz. Deswegen habe ich mir eigentlich das Spiel hauptsächlich nochmal komplett angeguckt und habe meinen Fokus auch darauf gelegt. Das Gute war, er war auf der Seite der Kamera. Deswegen konnte man ihn auch ganz gut beobachten. Sevolk kam rein für Kenny. Stange für das Silber. Lukuki für Karbovnik. Oliver Rölke kam zum Einsatz für Duzia. Kesik für Hüseyin. Straßner für Winkler. Nader Jindawi kam auch noch rein. Sona, Scherhand und Matibel, der hinten in der Innenverteidigung stand, für Kempf. Hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Einige Spieler von denen natürlich auf diesem Niveau, aber haben viele einen guten Eindruck gemacht. Sind auch viel gelaufen. Gerade Nader Jindawi habe ich sehr, sehr oft gesehen, dass er auch nach dem Passspiel sich direkt wieder freigelaufen hat. Super motiviert. Hat dann später auch das 2-1 gemacht durch einen schönen Distanzschuss. Auch wieder in die Ecke gesetzt. Ich muss sagen, ein Sona freut es mich erstmal mega. Erstes Spiel nach fast 2 Jahren, nach der Verpflichtung oder anderthalb Jahren. Wollen wir uns jetzt mal nicht länger machen, als es ist, nach anderthalb Jahren für die erste Mannschaft von Hertha. Auch wenn es nur ein Testspiel war. Und ich sage euch ehrlich, man hat durchaus schon seine Anlagen auch mal erkennen können. Klar, kann man jetzt sagen, das hat man auch bei einem Maolida, der übrigens für meine Begriffe gar nicht zum Einsatz kam. Vielleicht wechselt der ja noch bis 5 Tage, hat ja noch das Transferfenster in der Türkei beispielsweise offen. Oder man löst den Vertrag auf. Maolida hat auch ab und an mal in diesen Testspielen gegen unterklassige Gegner ganz okay ausgesehen. Aber man sieht bei einem Sona die Anlagen. Unfassbarer Turm, hat auch körperlich dazu gewonnen. Du siehst einfach, guter erster Kontakt, gutes Passspiel. Zieht sehr oft im Zentrum, hat auf links gespielt. Eigentlich ja meistens auch sonst auf rechts außen. Es kann auf beiden Seiten spielen, hat sehr oft nach innen gezogen. Man hat ihn ein bisschen angesehen, hatte ich auch mit ein paar von euch geschrieben an dem Tag noch. Man hat ihm ein bisschen die Scheuheit, in einem Zweikampf intensiv zu gehen angesehen. Er hat die jetzt nicht gerade gesucht, teilweise eher gescheut, die Zweikämpfe. Aber das ist völlig normal, wenn du so lange gebraucht hast für dein Comeback. Das wird auch noch brauchen. Aber du siehst, erster Kontakt ist gut. Er hat ein gutes Passspiel, immer wieder mal ins Zentrum abgelegt, anstatt jedes Mal ins Dribbling zu gehen. Ab und an hat man in Ansätzen auch schon gesehen, wie er denn mit welcher Dynamik und Schnelligkeit er dann an Gegenspielern vorbeigehen kann. Eine Körpertäuschung und er ist vorbei. Ich wünsche mir sehr für uns, für ihn persönlich, für Hertha, dass er nochmal komplett fit wird und irgendwann diese Verletzung komplett vergessen kann. Weil ich glaube schon, dass das einer wäre, der uns weiterhelfen kann und der auch motiviert ist in seiner Karriere. Wenn der erstmal wirklich wieder sagt, hier, ich brauche keine Angst mehr haben, mich zu verletzen. Es läuft wieder alles, ich habe keine Schmerzen mehr, ich bin wieder richtig drin. Ich glaube, das wäre auch einer, der für seine Karriere absolut jetzt kämpft, nach solchen schweren Zeiten. Also könnte ich mir zumindest vorstellen. Also das Glückwunsch an ihn. Und ich finde, man hat viele positive Dinge bei ihm schon gesehen. Und das wollte ich einfach deshalb nochmal erwähnen. Ja, waren sicherlich bestimmt auch ein paar von euch da. Wenn ihr da vor Ort wart, könnt ihr auch nochmal sagen, wer euch positiv aufgefallen ist an dem Tag. Ansonsten brauchen wir das Video nicht länger machen, als es ist. Morgen, Montag, gucken wir mal, ob es News gibt, ob wir ein Video machen dazu. Ansonsten wird jetzt erstmal ein bisschen was auf Knife, glaube ich, gemacht. Aufgrund dieser Nationalmannschaftsthematik, die mich irgendwie schon, auch wenn viele von euch sagen, ey, juckt mich gar nicht mehr, ich konzentriere mich nur noch auf Hertha. Aber ich habe durch diese Doku wieder gemerkt, ich will die eigentlich mögen, die Nationalmannschaft. Mal gucken, was da jetzt passiert die nächsten Tage. Auch wer dann als neuer Trainer verpflichtet wird. Vielleicht könnt ihr ja mal reinschreiben, wen ihr gerne als neuen Trainer hättet. Wir machen Montag natürlich wieder unseren Montag-Stream, 21.30 Uhr. Da werden wir natürlich hauptsächlich auch über Hertha reden, aber generell Tommys Coffee Talk über alles, was gerade so ist, wenn wir alle Hertha-Themen durchhaben und einiges an Reactions. Ich habe mir viele Videos aufgeschrieben über das Wochenende, weil ich ein bisschen bei YouTube unterwegs war, die ich mit euch gucken will, über Jürgen Klopp, Jessica Gang kam. Ach, ganz, ganz viele Sachen, die wir die Woche und die Woche noch schauen werden. In diesem Sinne, genießt die letzten Sonnenstrahlen. Am Sonntagmorgen müssen ja die meisten wieder raus, inklusive mir. Hau, he. Und lasst gerne ein Like da, wenn der Algorithmus schon so komisch ist oder auch ein Dislike und ein Kommentar. Das hilft mir sehr und kostet euch nischt. In diesem Sinne, tschüss.